Ich möchte hier eigentlich auch noch das Bretonen-Mädchen vorstellen, die Perla. Sie ist wirklich eine süße, sehr kleine, vielleicht 40 cm, kompaktes Mäuschen. Wer geht? Da haben wir sie noch einmal, im Moment die beste Kollegin von der Sally. Und wir besitzen sie schon wieder. Die aber jetzt schon adoptiert ist und Perla bleibt noch hier. Die Hinschätzchen hat übrigens keinen Schwanz, der ist ganz, ganz bös probiert worden. Also wirklich, haben sie ja gar nichts gelassen. Aber sie ist eine fröhliche, wirklich lustige Hündin. Ja, da!